Musik Hallo ihr Lieben! Heute geht es mal in die Talentshow. Jeder von euch allen hier draußen kann euer sein Talent zeigen und kann etwas gewinnen. Ja genau, richtig gehört. Ihr könnt irgendwas machen, was weiß ich, Fußballspielen, Reiten oder irgendwas. Wenn ihr das einfach super gut könnt, wählen wir euch aus und ihr bekommt eine Überraschung. Dann reden wir nicht mehr so viel und wir fangen jetzt an. Teilnehmer bitte! Hallo, wir sind die Jungsgang! Also ich bin der Anführer der Gruppe. Ich erkläre Ihnen das ganz einfach. Unser Talent ist Fußballspiel. Wir sind die beste Gruppe unserer Schule und wir zeigen es Ihnen einfach mal. Okay, Freundin! Ja so, Applaus bitte. Das war der beste Trick der Welt und wir sind fertig. Hä? Ich dachte, was ist das? Also ich finde es super gut. Nur eben schade, dass die anderen Jungs keinen Trick gezeigt haben. Und ja, also von mir kriegt ihr eine 9 von 10. Ich gebe euch eine 2 wegen nur einer, was ganz normales gemacht kostet. Sorry Jungs, aber ich in meinen Jungszeiten konnte viel besser Fußball spielen als ihr. Also, naja, auch nur ein Punkt. Also nur 12 von 30? Wir haben nicht viel geübt, aber wir wollen gerne We Will Rock You singen. Wir wollen we will rock you... Rock you! Wir wollen we will rock you... Rock you! Ich gebe euch 9 Punkte, das war so gut Mädels, dafür, dass ihr nicht einmal geprobt habt oder so War das so toll auch, dass ihr auf den Boden gestampft habt Meinen sie so? Ja, das finde ich so super Jetzt bin ich dran 10 von 10, es war so toll Aber was ihr mir gesungen habt, das war alles so toll Oh yeah, ich gebe euch 10 von 10 Note 1 Wow, geil Hallo, ich bin die Tanja Ich bin die Kindergärtnerin von der Kita Und den Rest wollten die kleinen Spätzchen selber sagen Also ich bin Bella Butterfly Wir wollen alle meine Äntchen singen Das haben wir immer morgenkreis gesungen Und Mama hat mir versprochen, dass wenn ich gewinne Dass ich 2 Kaffees auf einmal trinken darf Okay, das ist ein bisschen peinlich Alle meine Äntchen schwimmen auf den See Schwimmen auf den See Köppchen in das Wasser Schwäppchen in die Hö Oh, wie süß, wie ein Schnuckelpucklis Und? Es war schon gut, aber ich gebe ihr eine 8 von 10 Also ich fand das eigentlich recht gut Nur ihr solltet das ein bisschen öfter üben Dass es ein bisschen schön flüssig aussieht oder so Und ja, darum gebe ich euch eine 7 von 10 Ich gebe euch von 10 Punkten eine 8 Okay, tschüss Wenn euch das Video gefallen hat Gebt einen Daumen nach oben Teilt das Video an eure Freunde Und abonniert für ein Part 2 Schaut doch gerne auf Instagram vorbei Da heißt mir Es würde uns glücklich machen, wenn ihr uns dort auch folgen würdet Tschüss, bis zum nächsten Mal Bye